hey 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 alle zusammen und herzlich willkommen schwieriger schuze sieben sind wir jetzt ich habe nur kurz pause gemacht habe mich ein bisschen entspannt und jetzt geht es weiter haben wir noch sieben und acht und haben wir es mit einem durchgespielt und dann geht es weiter Oh, sehr schön. Es geht weiter. Oh, guter Start von einem Kollegen. Sehr guter Start. Was? Dann habe ich doch losgeschickt. Ja, das gibt es doch nicht. Ja, schön. Knapp aber geschafft. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. I am in Vatran, lose. Das war's für heute. Oh, geschafft, ich bin durchgekommen, sehr schön. Ich bin zu dem Aufbruch geschafft, boah, nice. Es hat gut geklappt. Hätte sie den Poston bekommen, den letzten da, der Ecke, dann hätte ich ein Problem, aber so klappt. So klappt's. Oh, Mann! Oh, Mann! Oh, Mann! Ah, Ah! Nevertheless, sie hat dran! Ich habe hier. Oh, Mann! Oh, Mann! Oh, Mann! Ich habe hier. Oh, Mann! Oh! Session, hoppala, ok, ah. Ah, geht doch. 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 Schade. Ich spiele auf Zeit. Ich spiele auf Zeit. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, shot it Ah, sehr close Wer ist schlechter Start? Oh 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 Okay Oh 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich glaube ich bin noch zu spät, nachdem ich Stufe 7 durch habe, reicht das für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war's für heute. 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 Oh, gar nicht okay. 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 Das war's für heute. Okay. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ja, das ist das! Das wird auch die letzte Runde sein für heute. Dann mache ich mich, entspanne ich ein bisschen und dann gehe ich schlafen. Ja, das ist das! Sehr schön! Schwierigkeitsstufe 7 haben wir auch geschafft, fehlt nur noch 8. Und dann klappt das. So, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich wünsche euch allen einen schönen, entspannen Abend. Kommt gut in die Woche rein. Lasst euch nicht ärgern. Und genau, sehen wir uns die Tage auf jeden Fall. Spätestens. Vom Wochenende bin ich sehr zufrieden. Ich habe viel geschafft. Ich bin happy. Ich weiß nicht, wie es bei euch sieht, aber wenn ich viel schaffe, bin ich mal glücklich, wenn ich vorankomme. Und wenn man natürlich auch seine Ruhe hat. Das ist etwas gut. Okay. Okay. So, ich bedanke mich, machs gut, ciao, ciao, wir müssen das nicht ganz gucken, das dauert auch zu lange.